Schlechte Witze, aber wenn ein guter kommt, beende ich das Video. Wenn ich sterbe, möchte ich wie mein Großvater sterben, der friedlich im Schlaf starb. Nicht schreiend wie die anderen Passagiere in seinem Auto. Ich werde nie die letzten Worte meines Großvaters an mich vergessen, kurz bevor er starb. Hältst du noch die Leiter? Meine Eltern zogen mich als Einzelkind auf, was meinen jüngeren Bruder sehr genervt hat. Ich war in Russland und hörte einem Komiker zu, der sich über Putin lustig machte. Die Witze waren nicht besonders gut, aber die Hinrichtung hat mir gefallen. Ich habe gerade gelesen, dass in London alle 52 Sekunden jemand niedergestochen wird. Harmer Kerl. Ich stand meinem Vater nicht nahe, als er starb, wofür ich froh bin. Er trat auf eine Landmine. Hm.